Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Das Leben ist kein Zuguss. Aber was ist das Leben denn? Was Leben ist, wird in der modernen Biologie wie schon bei Aristoteles nicht über eine einzelne Eigenschaft, einen bestimmten Zustand oder eine spezifische Stofflichkeit definiert, sondern über eine Anzahl von Aktivitäten, die zusammen für Leben charakteristisch und spezifisch sind. Diese Aktivitäten sind z.B. Energie- und Stoffwechsel und somit Wechselwirkung auf ihre Umwelt. Schauen wir das doch mal für einen Zuguss an. Zucker gibt Energie und hat eine Wechselwirkung auf meine Stimmung hergehe. Weitere Aktivitäten sind Fortpflanzung. Vielleicht braucht es ein bisschen Romantik. Kein Zuguss, Baby. Wie sieht es mit dem Wachstum aus? Und zuletzt noch der Reizbarkeitstest. Gilly, 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 gilly. Mein Name ist Spina Carina und ich stelle fest, es stimmt. Einmal für den Veröffentlichen am Ende des Wachstums. Und das geht zum Beispiel Als je ein bisschen